Also, der schlechteste Präsident von Amerika seit jeher ist Donald Trump. Barack Obama war ein guter Präsident, weil er nicht so eine grosse, freche Story hatte und nicht die fähigen Leute einfach fristlos gekündigt hat. Und Donald Trump kämpft immer mit den Fake News. Aber in Wirklichkeit ist er ein Fake-Präsident, ein falscher Präsident, ein Leugner-Präsident. Und man muss Donald Trump so schnell wie möglich abwahlen. Denn Richard Nixon war ja noch besser als Donald Trump. Und Donald Trump lädt einfach nur die Leute an. Alles, was er sagt, ist gelogen. Es sind nicht Fake News, es sind nicht die Lügenpresse, die lügen, sondern der Präsident, der die Leute anlügt. Und darum müssen wir Donald Trump so schnell wie möglich wieder abwahlen. Und dann holen wir doch einfach wieder Barack Obama. Denn das war ein guter Präsident, der hat nicht gelogen. Und dann führen wir noch Obamacare einführen, dass jeder Amerikaner eine Krankenkasse hat. Und die Mauer, die Donald Trump zwischen Amerika und Mexiko bauen möchte, bringt jetzt absolut nichts. Denn man kann ja auch ein Loch graben unter der Mauer durch. Oder man kann mit einer Drohne einfach über die Mauer einfliegen, auch wenn sie 12 Meter hoch ist. Also so eine Mauer zu bauen, ist absolut kein Hindernis für Flüchtlinge, Drogendealer und für gewaltiger Vita Mexikaner, so wie Donald Trump sagt. Also der einzige schlechte Präsident, der es gab in Amerika, heisst einfach nur Donald Trump. Aber es gibt noch andere schlechte Präsidenten, zum Beispiel Silvio Berlusconi, Recep Erdogan und Wladimir Putin. Die sind halt alles so ein bisschen fachosrechtsgerichtete. Und immer wollen unbedingt Demokraten haben als Präsidenten. Auch bald weit. Also in der Türkei braucht einen demokratischen Präsidenten. Recep Erdogan muss abgewählt werden. Silvio Berlusconi ist jetzt zum Glück inzwischen nicht mehr Präsident. Aber er war auch schon kein Demokrat. Und der Wladimir Putin ist einfach eine korrupte Soll. Und die Einzige, die wirklich gut war, ist Angela Merkel. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Aber die wollen sie leider zurücktreten. Oder in der Wladimir Putin hat es nur noch nicht ein Problem. Der Wladimir Putin hat es nur noch nicht ein Problem.